Also Sven sucht sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben, wann es wieder notwendig ist, einfach gewisse Menschen aus, die er dann als potenzielle Kandidaten betrachtet und die später eben die Opfer werden. Er observiert die, er beobachtet die, er steigt tatsächlich durch intensive Nachfrage und Gespräche in deren Leben ein. Und ab dato imitiert er absolut deren Gewohnheiten, findet alles Klasse und Gut, was diese Menschen in ihrem Leben betrifft und gleicht sich total an.